hallo hier ist martin von money monkeys dass die tags analyse führen und donnerstag den 10.02.2022 und aus der knete vom vortrag die hier so zwischen dem pferd von dem kleinen mädchen da durchgeronnen ist ist nun ein bisschen was anschaulicheres geworden eine kleine rakete hat die oben raus gestiegen ist und ich glaube wir brauchen nicht so viel erzählen wir haben darüber gesprochen über das risiko auf der oberseite hatte haben wirklich ausführlich hoch und runter gekaut zehn mal mindestens wiederholt das ist auch wirklich der letzte versteht es gibt immer mal leute die werfen wir das immer vor ich erzähle immer so oft das gleiche in der analyse das wäre das werk die analyse so schrattet das ist wichtig eben das wichtige einfach zu betonen das ist ein lyrisches mittel sogar also heißt das lyrisches mittel ich glaube so deutschleistungskurs waren deutschleistungskurs habe ich eh nie gehabt deutsch grundkurs war nicht so meine stärke man merkt es auch manchmal in der rechtschreibung ein bisschen aber doch ein lyrisches mittel also wiederholung um das was wichtig ist eben bevor hervorzuheben und das tun wir hier regelmäßig und da war eben oft gesagt wenn der dax über 350 geht oder wenn er wenn er grundsätzlich das hier drüber über den trigger weiter heraus arbeitet dass er dann eben die 350 420 gehen kann und dass man mit schwarz sich aber einfach zurückhalten sollte weil wenn die 420 eben auch nicht hält der schnell bei 500 steht und wenn die 500 nicht hält dann geht auch 550 und 640 und so weiter und so fort ich denke das habt alle mitbekommen da brauchen wir jetzt auch nicht lange darauf umreiten das ist nur so passiert wichtig wird jetzt wie geht es weiter wie geht es weiter und da würde ich im dax mal ganz kurz einfach für mich selber hier einen kurzen channel anlegen wollen wurden der oben rauskommt richtig dran ja damit nur einen kleinen pfeil mit reinnehmen können den wir bloß maßig mal vorsorglich transportieren dann nehmen wir das auch wieder weg dass uns das hier nicht stört und setzen das einfach mal hier oben ran das wäre nämlich das bewegungs ziel genau geht los hier an dann wäre an der oberkante hinter hier noch mal zwei gleich lange wellen nach oben gedrückt und das sollte ganz gut passen das muss aber so nicht kommen das gleich vorweg ich möchte es bloß mal eingezeichnet haben wir nehmen auch noch hier oben den channel weg so und dann haben wir das ein bisschen übersichtlicher ziehen wir uns ja noch einen fetten abwärtstrend rein das ist auch ganz wichtig halt kriege ich nicht gesetzt fetten abwärtstrend mit rein hier müssen eigentlich hier übergehen müssten eigentlich hier übergehen ich würde mal noch ein kleineren zusätzlich ziehen machen wir uns ein bisschen dünner nur dass wir so einen blick behalten für die nächsten tage über die punkte und können jetzt hier eigentlich sagen so und möchte ich einfach jetzt mit euch ein bisschen im blick behalten wo kann das jetzt hier hingehen wo ist jetzt die nächste reaktion die nächste bewegung zu erwarten wir haben jetzt hier uns nach oben gestoßen wir haben uns auch gesehen haben auch gesehen wie es sich jetzt hier gerieben hat an dem trend hat ordentlich im bereich um 500 rum gedruckt hat sich aber hinten raus lösen können man hat sich sehr bullisch verhalten wir hatten in unseren updates dann geschrieben wir wollten also unsere dieser die wollte hier lang reingehen haben gesagt gerade hier 480 rum fing an da gerade an so ein bisschen trendschwäsche rein zu bringen haben gesagt kommt bestimmt erstmal ein rücklauf und als rücklauf marken haben wir dann eben geschrieben gehabt 443 na das wäre ein punkt wo man hinten hingucken muss wenn er dort schon wieder hoch dreht dann ist das sehr bullisch zu werten dann kann man auch noch hoch bis 500 und dann kommt auch weiter bis 550 600 vielleicht und tiefer rücklauf marken dann entsprechend egal und das hat er genau getan hat die 445 runter zu am abend die 480 dann hier ein wichtiger punkt gewesen auch da sind nicht wirklich runtergekommen hat das gut verteidigt das niveau und damit sich komplett den ganzen tag bullisch gezeigt also von wirklich der ersten bis zur letzten minute mal eine kleine trendschwäsche drin gewesen die jetzt hier aber mit der stoßkerze eigentlich raus ist die 530 finde ich an sich einen recht interessanten punkt und den angelaufen hat das müsste nämlich im tagesschart das mittlere bollinger band sein sieht man nicht so ganz aber doch es ist so etwa das niveau ne das ist auch der tagesschluss hier und da oben drüber kommt halt die 200 tag linie die ist hier im bereich um 630 620 und es trifft dann relativ viel was dann hier auch so im bereich um 640 zusammenkommt so dass ich hier eigentlich jetzt schon eine kleine gegenwehr einplan würde halten und moment falsch kopiert und zwar wirklich im bereich um wartet man immer ein anderes feilchen nehmen wir mal den und setzen uns mal den hier dran weil das könnte ich mir gut vorstellen dass er hier noch mal im bereich um 640 am gäbe zum donnerstag halt schon ordentlich randale macht und von dort nehmen wir doch den anderen und von dort noch mal ordentlich nach unten tanzt das würde so einem donnerstag ganz gut passen wenn der wirklich hin und her geschmissen wird der dax und zwar ordentlich hin und her geschmissen und dann hier eigentlich mit der trendlinie wahrscheinlich müssen spielt das kann sein dass ich hier 640 reingeht 200 taglinie mal kurz antippt sich richtig nach unten zurück fühlt gut und gerne auf die trendkante ja auch noch mal 440 vielleicht sogar einen tacken tiefer gut 420 werden sich dann hier wieder an das teil legt das wäre so fast zu erwarten und alles was höher geht und dann auch so über 700 geht das würde ich dann eher nach da oben sehen eine richtung dass es dann zwei gleich lange aufwärtswellen sind so was es jetzt ein bisschen durcheinander war ich mache halt mit euch das nochmal live nicht gucke mir den dax auch immer erst in dem moment dann auf den ebenen an wenn ich mit euch das video mache jetzt einfach noch mal kurz zusammengefasst wir sind sehr bullig gelaufen er ist sehr stark ist deutlich stärker als ich das auch teilweise unten gesehen habe für mich war das hier eine klare flagge die nach unten auflöst aber es ist halt immer so ein technisches muster das kann auch in die andere richtung mal gehen es gibt keine garantie dass eine bärische flagge nach unten auflöst und in dem fall ist sie nach oben aufgelöst worden ist auch jetzt nicht mehr aktiv das ist jetzt keine flagge mehr das viel zu weit nach oben zurückgekommen und jetzt geht es einfach nur darum wie weit läuft er jetzt noch weiter oder läuft er zurück wie weit läuft er weiter kann man schönes potenzial um an der vorherigen welle abziehen das habe ich jetzt gerade mit dem channel gemacht dadurch haben wir ein ziel gekriegt was bei 9 40 liegt da liegt auch noch ein offenes gap hier hinten links das würde deswegen ganz gut auch passen es würde so schön klastern im sinne eines zieles wäre aber zum donnerstag definitiv noch nicht erreichbar das wäre dann eher was für dienstag nächste woche dienstag wenn er hier gut am ball bleibt weil auch von der von der zeitlichen ausprägung in der welle das immer recht symmetrisch gehalten wird im chart und generell im börsenumfeld im finanzmarkt wir haben ansonsten noch geschaut wo können wir oben hingehen dabei ist auffällig der punkt hier im bereich um 6 40 da liegt auch die 200 tagellinie da haben wir hier einen offenen gap close gap close sind immer punkte die reagieren insbesondere die 22 uhr close course ich nehme immer die 22 uhr die xedra gäbe sind mir gar nicht so wichtig weil die viel besser reagieren hier die 22 bis 8 die nehme ich immer und die knallen einfach viel öfter die reagieren immer so deutlich und viel öfter dass da ist immer eine gute reaktion mit drin und deswegen nehme ich viel lieber die als die xedra gäbe die halt manchmal auch einfach so komplett ignoriert und durchlaufen werden halt weil es einfach viel zu viele davon gibt hier ist der amerikanische handel mit drin in der zeitprägung die ich mit habe das sind original das ist auch dass es jetzt nichts zusammengefälscht ist hier das ist wirklich original von der xedra bereitgestellter dax mit erweiterten handelszeiten nämlich zum amerikanischen handel mit und der geht eben bis 22 uhr fängt 8 uhr an hier wie die meisten börsen in deutschland ja auch naja ist ja bloß die xedra frankfurt die da 9 uhr dann mit reinkommt also sind es sind noch ein paar andere die auch 9 uhr reinkommen aber die meisten fangen am 8 an gut also das kurz dazu deswegen ist mir die 640 hier oben ganz wichtig zusammen mit 200 taglinie mit 200 stunden band haben wir da hier einen schönen support der sich bis 670 hochzieht das ist also eine schöne zone die nach unten reagieren kann wirklich schon ein schmackhaftes stückchen wenn dort eine rote stundenkerz oder sowas sich nach unten löst das ist durchaus ein grund um einen rücklauf reinzunehmen gerade zum donnerstag kann er dann eben nach unten gut durchschladen ziele nach unten zum durchschladen wäre dann der gap close wenn es dann einen aufwärts gap gibt auf die 15 35 und eben auch tiefer sollte unser dax komplett tiefer starten zum donnerstag also wirklich richtig tiefer rein starten und diese diese abendschwäche rausnehmen wäre für mich 410 und 375 eher 375 wichtig fly sogar tiefer 340 340 wichtig also kommt er per abwärts gap rein und fällt zügig zügig unter 460 unter 440 würde ich denken der geht bis 340 oder sogar bis zum gap close zum vortag der liegt bei was ist das hier 15 285 das wären meine ziele wenn er wirklich schwäche zeigt gar nicht hier oben irgendwas über 55 macht sondern wirklich konstant vom start an nach unten weg arbeitet dann wären das meine ziele und ansonsten würde ich das so jetzt lassen wie man es jetzt hier eingezeichnet haben und ja das um short zu suchen wer sich jetzt fragt martin du hast gesagt gestern gestern hier hoch zu eher nicht short suchen wäre ich jetzt zum donnerstag ein bisschen bereiter aber wenn er stärke zeigt dann will ich schon rote stundenkerze sehen oder hier oben die 49 die kann man bestimmt auch shorten das kann man bestimmt auch shorten die zone hier na oder eben wenn er das hier wirklich zum start wirklich schwäche dominiert und hier nach unten sich durch klackert dann könnte ich mir auch vor vorstellen short zu suchen ansonsten wäre es wahrscheinlich sinnvoll hier einfach ein bisschen lang mitzugehen bis das gäbe da oben eben zu ist bei der 640 wenn er jetzt halt auch über die 550 rüber läuft da ist nicht mehr so viel dazwischen halt eine 700 ist wichtig ja aber 600 ist auch wichtig ja aber 640 wäre mir dann hier eben wichtiger ja und von daher haben wir zwei schöne zonen na also einmal die 640 später um an die 49 kann man sich mal vormerken bleibt aber nur gültig wenn er jetzt wirklich in dem fenster also da hier gebt los zu machen und so dann dann fällt auch die 49 aus wenn er da jetzt direkt ohne startet und eben die hat die zone hier um 460 bis 440 eben auch wichtig um runter kommt so und da hört es auch im hintergrund der lukas sagt mir schon wieder die analyse wird zu lang deswegen belassen wir es dabei machen ja jetzt aus und ich denke es ist auch alles wichtige gesagt tagesschatt hat ein bisschen aufgetreten deutlicher ist aber mittleren bollinger band das band fällt das obere band fällt das unterband dreht sich nur leicht ein ist aber auch fallenden status gewesen also es kann durchaus sein dass ich hier probleme kriegt und nicht erst mal gerade durchsteigen kann sondern wirklich sich in dem bereich jetzt hier erstmal auch ein bisschen abkühlt und vielleicht sogar wieder anfängt seitwärts runter zu rutschen an dem dann weiter fallenden mittleren band das wäre sehr üblich das hat man oft gesehen und würde eigentlich ganz gut zu dem pfeil passen wenn wir den so zeichnen dann zum freitag ein bisschen runter und genau aber das besprechen wir dann morgen und hat der lukas vollkommen recht analyse reicht zehn minuten ist okay machen wir hier aus wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss